Wow, Part 42 schon, ey. Könnt ihr das glauben? Ich schon. Auf nach Tokio mit der Japanerin. Toll. Ich habe nämlich schon im Titel gelesen, irgendwas mit Touchscreen, und ich dachte, vielleicht brauche ich den zwingend. Es klopft. Kein Mensch macht die Tür auf, ey. Oh, wenn man da lang genug draufklopft, kommt ein kleiner Luigi runter. Cool. Einfach mal kaputt lachen sich über den. Fang. Fang. Ich bin Baseball-Peach. Füßeball. Scheiße. Vollskiller, ey. Hier irgendein Scheiß mit denen anstellen, damit die stehenbleiben und der Pilz dann rechtzeitig zu mir kommt. Musik hier im japanischen Teil finde ich auch cool. Einfach weil der Titel schon was mit Touchscreen hatte, benutze ich den jetzt auch einfach mal. Jetzt müsste der automatisch springen und mich dann hier erwarten. Oder ich erwarte ihn. Fang. Hm. Nö. Fahr asche. Wasche. Jetzt habe ich den Ball in der Hand. Ich hatte den Ball in der Hand. Geil. Geil. Tja, mich erwischt er nie. Wie komme ich eigentlich an den Stern ran? Hm. So schon mal nicht. Ach, vielleicht mit dem Baseball. Hm. Okay. Ein Versuch was war. Das haben wir mittlerweile gemerkt. Feuer oder überhaupt Brüder fangen an zu springen, wenn man sie berührt. Mit dem Touchscreen. Geh doch runter. Malen. Komm hin. Boom. Ja. Bring Pues. Zieh doch runter. Wow. Ich hoffe, das langweilt euch jetzt nicht so sehr. Hoffe ich ihn ständig. Du Rude. Ich schwöre, ich bringe deine Mutter um. Rosa. Als ob der mich getroffen hat. Als ob der so genau Hämmer werfen kann. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also bis jetzt hatte ich Spaß an dem Blumen. Ab jetzt wird es ernst. Kein Bock mal irgendwie ein Spielchen mit den verkackten Viechern hier zu machen. Nichts mehr. Okay. Deine Mutter. So. Mit der Nase. Mit dem Mikro. Fang. Ich kann aufwerfen. Weiße. Usi-like. Aber sie hat keine Kussi von daher. Mikro. 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 Bis mal in das. Bis mal in das. Bis mal in andern. Ja, mir fällt eigentlich auch kein Thema mehr ein, so was, worüber ich reden könnte. Ihr könnt ja mal Gesprächsthemen vorschlagen. Weil so spontan wüsste ich jetzt weniger was. Keine Ahnung, im Moment habe ich viel Final Fantasy im Kopf. Ihr könnt mir mal Lösungen zur ZAP schicken. Nein, also ich weiß nicht, ob es das auf anderen Schulen unter dem Namen auch gibt. Bei uns in der Schule heißt das ZAP. Das ist die zentrale Abschlussprüfung. Und ich weiß, die wird jedes Mal neu gemacht. Aber auch wenn die noch längere Zeit nicht ansteht, kriegen viele von uns jetzt schon Schiss im neunten Jahrgang, dass wir die verkacken könnten. Weil Arbeiten, ja doch, ist eigentlich schon mein Ding. Ich wollte jetzt erst sagen, ist nicht so mein Ding, aber ist eigentlich doch mein Ding. Man sieht ja gar nicht, dass da hinter der Gong ist. Aber das ist ein bisschen bange, dass wir so wenig Sterne haben im Moment. Aber es geht ja auch draußen weiter, schätze ich, wie bei dem anderen auch. Ja, nur ein bisschen heller. Und da sehen wir auch direkt mal die erste Möglichkeit, wo wir Sterne kriegen. Alter, ich wollte das noch gar nicht aktivieren. Ja, genau deswegen. Wir brauchen nämlich hier so ein Propeller-Vieh. Achso, und ja. Ach, immerhin. Schöne Aussicht. Eins. Zwei. Ich kümmere mich mal erstmal hier irgendwie um ein Item. Um ein vernünftiges Item, sag ich. Nicht. Und darum, dass die mich in Ruhr lassen. So. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich den aktiviere oder dass ich den aktiviere. Das ist verdammt schwer. Oh. Komm mal hin. Wie kommt man da hin? Das ist das Ziel. Na, wo springst du denn hin? Geben wir noch nicht extra dafür ein Portal, damit ich da hochfliege. Ja, sag ich doch. So, jetzt kann ich wenigstens zwei saven. Das Problem dabei ist, die Dingens wird nicht erhalten bleiben. Mir zumindest nicht. Ähm, ja. Mal gucken, wie ich das dann mache. Ich muss... Ja, eigentlich für uns alle scheiße dann, ne? Ich gucke mir das hier noch ein bisschen an mit den Karpalors und so. Und springe in die Hölle. Aber sie hat ordnungsgemäß den Helm abgesetzt. Ich gucke es ja nicht mal hin, da zu überleben. Ach, Leute. Wieso sucht ihr euch immer solche Scheißviecher aus... Äh, solche Scheißdinger aus? So scheiß Aufgaben, wollte ich sagen. Ach, scheiß. Ich probiere es einfach. Und jetzt schaffe ich das, oder was? Das wäre schon geil. Knapp. Na, immerhin. So weit geschafft. Falls ihr immer dieses Quietschen hört, ich wälze mich ein bisschen in dem Ledersessel hin und her. So, alle hier eliminieren. Hä? Ich hab den voll erwischt. Hab ich genau gesehen. Mit eigenen Aug... Apfel. Mit eigenen Apfel. Kann ich mich eigentlich direkt töten, oder? Ach, scheiße, 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 scheiße. Ich hab keinen Bock mehr. Nicht mehr auf das Level zumindest. Kommt ruhig alle auf mich. Egal, ich hab noch genug Pilze. So. Dann hol uns von hier den Pilz. Ach, fuck. Falsche Reihenfolge. Ich hab schon gemerkt, dass das nichts wird. Muss sich das Kabel hier ständig in dem Pock verhangen. Verhängen. Hunger krieg ich auch langsam. Was mach ich hier, Mann? Meine Fresse. Wie unterzuckert kann man eigentlich sein? Vor allem um 1 Uhr. Nicht nachts. Dann eben 13 Uhr. Für unser englisches Publikum. Wir haben 1 p.m. Oder am. Ich weiß nicht. Am ist at the morning. Half morning ist p.m.? Question. Sign. Ja, das war für meine Englischlehrerin. Ich hab keine Ahnung, was ich da großartig gelabert hab. Ihr macht mich aggressiv, ey. Scheiß Fischer. Ich denke, dass sie immer so lange brauchen, ey. Wenn man runterkommt, zum Beispiel. Das Geräusch mache ich nur mit dem Mund. Ja. Oh, das kostet es eigentlich auch nicht besser, oder? Äh. Egal. Anders mal töten. Ich guck mal wieder auf dem Fernseher statt auf dem Gamepad. Ach, gleich viel heller. War viel verschromener. Ich guck mal wieder auf dem, was ich nachfinde. Aber auch nur, weil ich… Ich glaube ich so muss es daher kommen. Ah, der Fernseher von Gamepad ist gut geworden. Ich glaube nicht, der Fernseher ist gut geworden. Ja. Ich glaube nicht, dass er auch nicht mehr machlaut. Ich glaube, dass es auch nicht mehr so ist. Ich habe gar nicht hochgedrückt. Das hätte ich wahrscheinlich diesmal sogar geschafft mit dem... mit den Umständen. Das wird auch wieder dumm, aber egal. Boah, du schaffst ja. Plan. Meine Fresse. Vor allem, wieso macht ihr sofort den Boost? Ich war nicht mehr in der Luft. Boah, ich kriege Aggression. Du bist so scheiße, so scheiße, so scheiße, du bist so kacke wie mein alter Hund. Nein, Entschuldigung, das muss ich definitiv zurücknehmen. Mein Hund war 1A, klasse, toll, ich liebe ihn, ich liebte ihn. Wieso triffst du den nicht? Ich war genau in der Münze drin. Ah! Ich drücke einfach alle Knöpfe jetzt, bis ich sterbe. Ich weiß nicht, ob auch die Zację doch Zeit ist. Oh, hier! Ich habe das! Oh, jetzt mach. Alles?" Kennt ihr das, wenn ihr anfangen könnt zu heulen, wenn irgendwas nicht klappt, wie ihr wollt? Ich glaube, für das eine Level haben wir jetzt 19 Minuten gebraucht. Boah, geh doch nicht durch diesen verkackten Ring. So. 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 Ich dachte vielleicht kann ich die Flammen wenigstens auspusten, wäre ein Triumph in dem Park gewesen. Fast. Ja, Mann. Das lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen. Wenn ich jetzt sterbe, schwöre ich, fange ich an mit Witzen. Alle, die das wollen, jetzt bitte einmal die Hand heben. Ich glaube doch nicht ernsthaft, dass ich jetzt noch den normalen Weg gehe. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und steinig. Er wird vielleicht... Ach, weiter weiß ich nicht. So, nächster Part bitte. Alter, spätig. Das Level war jetzt aber auch... Das Level war relativ in Ordnung, aber der ganze Rest hier, dieser Sternkreis, oder dieser Sternring, sag ich jetzt mal, der hat mich richtig abgefuckt. Yay, ein Geisterhaus. Welcher Geisterhäuser so? Liebe. Na ja, bis dann, ciao.